Musik Für mich persönlich ein großer Meilenstein. Warum wollen wir Frieden? Warum schießen wir Raketen und nennen es nicht Krieg? Als es dann endlich fertig im Kasten war, ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ja, das Musikvideo bedeutet für mich ganz einfach, dass es jetzt wirklich losgeht, wie es im Song auch geschildert ist. Ich glaube, auf Probleme bin ich nicht gestoßen, nur auf Lösungen. Also es wird richtig, richtig groß und fett. Krass, jetzt geht's los. Krass, jetzt geht's los.